Braucht eine Firma ein CRM-Tool? Folgendes Szenario, ein Sales Manager telefoniert über Monate, ja vielleicht sogar Jahre, oder man hat sogar ein Callcenter engagiert, um Termine zu fixen, und das trägt man in ein Excel ein. Doch ein Excel ist kein CRM-Tool. Und wenn die nämlich gehen, versandet das Excel irgendwann in den Niederungen der Datei ablagen. Ein Excel kann nicht Sales Funnel abbilden, ein ganz wesentlicher Punkt beispielsweise, aber ein Excel kann auch keine Kampagnen abbilden, Mailing-Kampagnen, Einladungen zu Events usw., das fehlt in einem Excel. Ein Excel hat auch keine History über Leads, die man wieder angehen kann, über Offerten, die man mal verschickt hat, oder vielleicht sogar über ehemalige Kunden. Und deshalb braucht es nicht ein Excel oder sonst ein Tool, sondern unbedingt ein CRM-System, in dem ich die Daten sauber verfasse und über die Zeit dann auch an weiteren neuen Mitarbeitern, Accountmanagern oder Sales übergeben kann. Das, denke ich, ist unbedingt nötig, und darum braucht eine Firma ein CRM-Tool. Wie seht ihr das? Lässt sich das auch anders lösen? Das würde mich, wie wir in den Kommentaren interessieren.